Was geht ab, meine Ziv-Fighter, Osiria und täglich kommen neue Leaks zum Ui-Goku-Release im globalen Dokkan-Battle und die neuen Leaks, die aktuellen, sind wirklich sehr spicy, denn das sind quasi die Vorlagen oder die Assets, die Informationen zu der Celebration geben, das ist nämlich das, worauf ich gewartet habe, offiziell im Spiel kommt es Freitag ab 2 Uhr nachts, aber wie gesagt, die ganzen Leaker, shout-out hier speziell an Crusty Leaks, haben das quasi schon geleakt, denn sie haben Zugriff auf ihre Server, sei es Test-Server oder Privat-Server und da sehen wir zum einen schon, ja, Ui-Goku kommt, wann kommt Ui-Goku? Zum einen, Ui-Goku kommt mit seiner Transformation, denn es wird auch ein Global-Update geben, 3.8.4, das wird dann in der nächsten Zeit passieren, dann wird es eine Server-Wartung geben, ich schätze mal Freitag oder Donnerstag spät, je nachdem, und da wird dann quasi, ja, mit dem Update quasi die Transformations-Mechanik, die neuen Skills hinzugefügt, aber Jiden ist natürlich auch am Start und hier, genau, das, das sind so quasi die Sachen, die ich brauche, mit denen ich arbeite, wenn ich das so sagen darf, nämlich, hier haben wir quasi die In-Game-Informationen, auch wenn das Leaks sind, genau das, was wir uns anschauen, sind schon quasi als Assets und Vorlage in den Servern und werden im Spiel released, am Freitag zu den Celebration-Informationen und hier steht eben ganz klar dran, okay, Dokkan-Festival wird kommen und zwar am 15. Schrägstrich 16. Mai, hier steht keine Uhrzeit dran, deswegen können sich die Uhrzeiten ändern, ich gehe davon aus, dass entweder am 15. Mai gen Abend kommt oder 16. Mai, dann morgens oder vormittags spätestens, genau. So, wie gesagt, die Story-Events kommen online zu Kalifler, etc., etc., das Dokkan-Events-U-13-Goku, das wissen wir alles und, ähm, diese ganzen Typen-Bänder werden wieder online kommen, aber das ist kein Muster zu sammeln, es geht nämlich primär darum, erstmal zum einen Goku, Ui Goku Release Day ist bekannt, beziehungsweise die Celebration, wenn die Celebration dann online kommen, werden wir uns die natürlich am Freitag genauer ansehen, worum es mir dann primär in dem Video geht, ist nämlich, äh, Shoutout an iSeriously, ist das Banner-Build, ist die Vorlage zum Banner-Build, zum Banner von Ui Goku und Jiren natürlich, denn hier gibt es zwei wichtige Sachen, auf die ich ein, ähm, auf die ich, äh, Bezug nehmen will, die wichtig sein könnten und im Hinterkopf-Batton die Frage, was könnte das für uns heißen, beziehungsweise, was heißt das für das globale Dokkan-Battle? Nun zum einen, zwei wichtige Sachen von dem Banner-Build, okay, ganz klar, Ui Goku und Jiren, ich denke, vom Inhalt her wird das genau gleich sein wie in JP, die beiden Jungs werden dabei sein, Age, Gold, Freeza und die ganzen, äh, Charaktere, die Awakening bekommen, Kevlar, Kaliflar, Kale, etc., aber, worauf ich, was ich meine ist, zum einen, Bonus, nach jedem dritten Multisum ist der vierte kostenlos, okay, das ist eine Sache, die hat mich nicht erstaunt, das ist so eine Sache, die ist wahrscheinlich, denn die Celebrations im globalen Dokkan-Battle sind in der Regel besser als die in JP, genau, mit sowas, sowas hat sie auch in JP, aber mit den super Multidiscounts wie zum Beispiel bei Vegito Blue und Rosé, wo wir noch Tickets bekommen, etc., etc., denn das gab es im japanischen Dokkan-Battle nicht, dass, äh, der vierte kostenlos, der vierte Multisum kostenlos war, genau, nach drei Multisums ist der vierte kostenlos, im japanischen Dokkan-Battle, im Uigoku-Banner gab es das nicht, das ist jedoch so, das hat mich nicht schockiert, das habe ich für wahrscheinlich gehalten, wie gesagt, global Celebrations sind in der Regel ein Ticken besser, was mich hier schockiert hat, beziehungsweise erstaunt hat, ist, one SSR, SSR, ein SSR garantiert pro Multisummon. Was heißt das für uns, meine Damen und Herren? Ich denke nicht, dass das jetzt nur speziell ist, einmalig für Uigoku, denn wir wissen, eigentlich sind diese Banner, die Dokkan-Fessel-Banner nicht GSSA, und ich denke nicht, dass es jetzt nur speziell ist, wegen Uigoku einmalig, was ich denke ist, denn, sagen wir es so, im japanischen Dokkan-Battle wurden vor ein, zwei Wochen GSSA eingeführt pro Multisummon. Jeder Multisummon ist ein garantierter SSR dabei, und ich denke, das ist die Einführung für das globale Dokkan-Battle, und ich denke, dieses GSSA-System, das pro Multisummon ein garantierten SSR bekommt, der ist natürlich nicht gefeatured, sondern in JP haben wir 95% nicht gefeatured, 5% gefeatured. Ich denke, im globalen Dokkan-Battle wird das eingeführt mit dem Banner von Uigoku, denn sonst sehe ich keinen anderen Sinn, warum dieser Banner jetzt speziell GSSA-Banner sein sollte. Heißt für uns, wenn das wirklich so ist, lass mich erstmal wissen, was ihr davon hattet. Sagt ihr, okay, Ose, du hast recht, oder sagt ihr, nee, nee, das muss nicht sein, das muss nicht zwingend sein, aber ich denke, ich kann mir da keinen logischen Ansatz so herzaubern, warum dieser Banner jetzt speziell ein GSSA-Banner sein sollte. Ich denke, das ist die Einführung im globalen Dokkan-Battle, das ab jetzt mit dem Release des Banners jeder Modisamen GSSA sein wird, weil, wie gesagt, im Japanischen Dokkan-Battle wurde das eingeführt und im globalen wird es quasi früh eingeführt. Uigoku wird auch vorgezogen, Uigoku ist auch der erste Charakter, der die Transformationsmechanik haben wird, in JP war das Ele, Vegito, Blue und Kogeta. Ich denke, das wird so sein, genau aus den Gründen, die ich euch da genannt habe, und das, meine lieben Freunde, könnte wirklich sehr gut sein für das globale Dokkan-Battle, denn es wurde quasi vorgezogen und jeder andere Banner, der kommen wird, wenn das wirklich so sein wird, wird GSSA sein. Das ist ganz, ganz cool, dass wir das vorgezogen haben. Auf der anderen Seite jedoch, auf der anderen Seite jedoch, haben wir immer noch keine Raids. Ich sag's mal so, der Grund, dass wir keine Raids haben, muss dich heißen, oder muss man in keinen Bezug darauf bringen, dass jetzt jeder Banner in global auch GSSA sein wird, weil, für all die, die nicht bescheiden, im japanischen Dokkan-Battle gibt es Raids. Es steht dran, dieser Banner hat so und so viele Raids, einen SR-Drop zu so und so viel, und deswegen wissen wir auch vom japanischen Dokkan-Battle, dass zum Beispiel der garantierte SR-Charakter zu 95% nicht gefeatured ist, zu 5% gefeatured. Im globalen Dokkan-Battle gibt es diese Raids nicht. Da machen auch die Konzerne Druck, iOS, Android und so weiter und so fort, dass sie das einführen sollen, weil im Endeffekt wissen wir einfach nicht, wie die Raids in dem Banner sind. Aber ich denke, dass, also die Raids haben keinerlei Bezug oder sind nicht abhängig davon, dass jetzt dieser Banner GSSA sein wird oder keinen Einfluss darauf. Warum? Denn eigentlich war die Norm so, dass man pro Multisummen garantiert einen SR-Charakter bekommt. Das war nicht nur in globalen Dokkan-Battle, war das eigentlich immer so, dass du von den Multisummen, was war der Vorteil an den Multisummen? Die Raids sind by the way gleich. Der Vorteil an den Multisummen war, bis dato im globalen Dokkan-Battle, dass oder sagen wir mal allgemein, dass du pro Multisummen garantiert einen SR bekommst. Mit der Einführung in JP und jetzt in global denke ich, wird es auf jeden Fall so sein, dass es dann die Norm ist, pro Multisum bekommt man einen SSR. Sie haben quasi die Rarität erhöht. Ich denke, das wird so sein. Was hat die, wie gesagt, davon? Lass es mich wissen. Und noch eine Sache, bevor das Ganze beenden. Für wen ist dieser Banner interessant? Alle diejenigen, die Ui Goku auf der globalen Version nicht haben, das ist eure Chance. Und ich weiß, leider Gottes, es sind leider geldgeile Konzerne. Leider hauen die das sofort raus, nachdem Vegetable und Rosé rauskamen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele nicht Stones haben. Aber die Celebration geht ja ein bisschen. Haltet euch da ein bisschen zurück. Geduldet euch ein bisschen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da Platz 1 Schatten an Stones bekommt oder auch an sich mit den neuen Story-Events ihr Stones holen könnt. Und ich hoffe, ihr bekommt ein, zwei oder zumindest ein Durchlauf hin. Ja, 3 Mutlisamen, 4. Kosmos. Und ich hoffe, da ist Ui Goku dabei. Denn zumal ein SSR garantiert ist, dieser ist aber kein garantierter gefeatured Charakter. Also denke ich, das wird so ein JP sein. 95% ist dieser garantierte SSR nicht gefeatured, zu 5% gefeatured. Dieser Banner ist für all diejenigen, wie gesagt, interessant, die Ui Goku nicht haben. Denn das ist die große Chance, mit dem 3 Mutlisamen, dass nach dem 3. ein Mutlisamen der 4. Kosmos wird. Und ein GSR, das ist ein GSR-Banner ist. Das ist eure Chance. Für Jiden ist auch dabei. Ich sag's mal so erstmal, Jiden ist auch dabei. Ejigo und Frieza auch, die ganzen Awakenings. Aber primär wenn ihr Ui Goku haben wollt, ist das eure Chance. Heißt im Umkehrschluss, all diejenigen, die Ui Goku haben und ihn nicht zwingend brauchen wieder, skippt diesen Banner. Auch wenn da Jiden dabei ist, auch wenn Ejigo und Frieza dabei ist, auch wenn Kevlar, Kaliflar etc. etc. dabei ist. Zumal Kevlar, Kaliflar, ähm, das sind nicht gefeatured, also das sind nicht Dokkan-Explosive-Charakter. Heißt, sie sind in jedem anderen Banner nicht gefeatured. Ihr müsst nicht zwingend nur für die Summonen, weil sie in diesem Banner sind. Angel Go und Frieza wird auch wiederkommen in Super Saiyan 3 Badok-Banner. Jiden wird auch wiederkommen in Vegetas-Banner. Also ich würde jeden raten, der Ui Goku schon hat, ihr müsst ihr nicht zwingend Summonen. Ja, ist natürlich euch überlassen. Ähm, wenn ihr nur Jiden haben wollt, geduldet euch. Wenn ihr mit dem Vegetas-Banner kommt, dann könnt ihr für ihn dort Summonen. Ich, mein Standpunkt aus zum Beispiel, wenn ich euch das sagen darf. Ich hab Ui Goku, ich hab ein Dupe für ihn offen. Eigentlich hab ich nicht vor, bei ihm zu Summonen. Jiden braucht nicht unbedingt, wenn Vegeta kommt, Summon für Jiden. Angel Go und Frieza, Summon für Super Saiyan 3 Badok, wenn er kommt. Und die ganzen anderen Kaliflar hab ich auch schon. Also ich brauche jetzt keine Dupes oder so, zumal die eh in jedem anderen Banner nicht gefeatured dabei sind. Heißt, um es zusammenzufassen, Ui Goku kommt, 15. schräg ich 16. Mai, GSSR-Banner, ich denke, das wird die Einführung in globalen kann betteln, dass dann jeder Mutlissam ein GSSR sein wird. 95% nicht gefeatured, 5% gefeatured. Ich denke, diese Raids werden sie beibehalten, zumal wir eigentlich nicht wissen, was für Raids in global sind, weil sie es quasi einfach nicht listen. Dritter Mutlissam, nach jedem dritten Mutlissam bekommt in der vierten kostenlose Transformationsmechanik wird eingeführt. All diejenigen, die Ui Goku nicht haben, das ist eure Chance. Alle anderen können sich gedulden. Ich hoffe, ich konnte euch quasi alles dazu sagen, alles was ihr wissen müsst. Wie seht ihr das Ganze aber? Denkt ihr, okay, ja, Ui Salu, du hast recht, es wird jetzt quasi, das ist die Einführung, dass jetzt jeder Mutlissam SSR ist garantiert, SR-Banner. Oder sagt ihr, nee, Ui Salu, das ist einmalig speziell, beziehungsweise lasst mich einfach eure Gedanken wissen, wo werdet ihr ziehen, etc., etc. By the way, noch eine Sache, bevor wir Schluss machen. Ihr habt ja gesagt, ich habe eigentlich nicht vor, in den Banner zu ziehen, aber wir werden da in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Wenn ihr das zusammen sehen wollt, dann werde ich mir das eingefallen lassen, wo ich für euch Feedback bekommen werde in den zukünftigen Videos. Genau, haltet auf jeden Fall alle Augen offen und Ohren und whatever. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Wenn ja, gebt den ganzen Tag ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.